Mit wem würdest du auf gar keinen Fall zusammenwohnen? Wie wohnst du? Wem gehört die Wohnung, in der du lebst? Das junge Theater Augsburg macht ein neues Bürgerbühnenstück. Spielst du gern Theater? Erzählst du gerne deine Geschichte? Dann melde dich bei uns für unser neues Bürgerbühnenstück unter einem Bach. Bis zum nächsten Mal.